Nimmst du dir was Wichtiges vor und tust du es dann nicht? Schiebst du es Tag für Tag, Woche für Woche vor dir her und es passiert nicht? So wie ich mit dem Video drehen. Ich habe da einfach keinen Bock drauf. Ich mache es nicht. Kommt dir bekannt vor, dann leidest du unter Aufschieberitis oder du prokrastinierst oder das unschöne Wort Prokrastination beschreibt alles dasselbe, nämlich das Aufschieben von wichtigen Dingen. Aufschieben, aber das weißt du sicher schon, ist nicht nur für dein Business nicht gut, sondern es ist auch für deine mentale Gesundheit nicht gut und deshalb zeige ich dir gleich sieben Wege aus dieser Aufschiebehölle und zuerst erkläre ich dir kurz, warum es für dich wirklich nicht gut ist, aufzuschieben. Ewiges Aufschieben ist deshalb nicht gut, weil es negative Gedanken und Gefühle erzeugt. Wenn du Sachen vor dir herschiebst, dann fängst du an, an dir selber zu zweifeln. Bin ich nicht gut genug? Was stimmt nicht mit mir, dass ich heute den Podcast schon wieder nicht aufgenommen habe? Oder du bekommst Schuldgefühle? Oh Mann, Sandra, ich habe heute schon wieder keinen Podcast produziert. Was bin ich für eine faule Socke? Auch nicht unbedingt hilfreich für dein sonniges Gemüt. Und du fängst an, an deinem Können zu zweifeln. Sowas wie, wenn ich es schon nicht schaffe, einen Podcast aufzunehmen, wie soll ich es denn dann schaffen, einen Vortrag bei dieser Konferenz zu halten? Oder wie soll ich es dann schaffen, jemals einen Online-Kurs zu produzieren, wenn ich schon eine einzelne Podcast-Folge nicht hinkriege? Das Problem ist, wenn wir in diesen negativen Gedanken stecken, werden aus diesen negativen Gedanken negative Gefühle, das weißt du sicher, aus Gedanken werden Gefühle. Und diese negativen Gefühle führen zu einer Handlung. In diesem Fall führen sie dazu, dass wir nicht handeln. Wir verschieben etwas. Und wenn du das oft genug machst, erstens hast du dann einen Haufen negativer Gedanken im Kopf, was an sich nie geil ist. Aber aus dieser Sache, die du öfter mal machst, wird irgendwann eine Gewohnheit. Und diese Gewohnheit. Und diese Gewohnheit, dann wieder loszuwerden, ist nicht so lustig. Deshalb ist Aufschieberitis oder Prokrastinieren etwas, was wir frühzeitig erkennen und im Keim ersticken sollten, wenn du mich fragst. Und deshalb gebe ich dir hier sieben Wege, wie du aus dieser Aufschiebeschleife rauskommst. Denn wenn du selbstständig bist und dein Online-Business aufbauen willst, dann musst du wahnsinnig produktiv sein. Und dann kannst du dir dieses Aufschieben nicht leisten. Weg Nummer eins. Mach das Anstrengende zuerst. Das Anstrengende ist, nehme ich mal an, genau das, was du gerne aufschiebst. Erledige das zuerst. Marisa Peer, die Therapeutin, die ich sehr mag, die du auch auf YouTube findest, die sagt, dass erfolgreiche Leute das immer zuerst machen, was sie hassen oder am wenigsten lieben. Und das Gute ist, wenn du mit so einem Brocken anfängst und das als erstes an deinem Tag erledigst, dann fühlst du dich für den restlichen Tag wie ein Gewinner. Und wenn du deinen Podcast gleich frühmorgend produziert hast, dann ist alles, was danach noch kommt, ehrlich gesagt, ein Klacks. Weg Nummer zwei. Fang klein an. Ich glaube, das Wichtigste ist, gerade wenn du vor so einem Monsterberg an Aufgabe stehst, ist dir nicht zu viel vorzunehmen. Und eine Technik, die du vielleicht kennst, ist die Pomodoro-Technik. Hier arbeitest du in 25 Minuten Intervallen und du kannst dir dazu einen Timer stellen, eine Küchenuhr. Ich mag den Eck-Timer. Das ist ein Online-Timer, den du im Browser einstellst, der dann Geräusch macht nach 25 Minuten. Und du arbeitest 25 Minuten an deiner Aufgabe, durchgehend ohne Pause. Wenn dein Timer piepst, machst du 5 Minuten Pause, dann arbeitest du wieder 25 Minuten, ziehst du viermal hintereinander durch und danach gönnst du dir 20 Minuten Pause. Und du wirst merken, dass dir nach einer Weile diese 25-Minuten-Zeitstücke wahnsinnig kurz vorkommen und du das ausdehnen kannst auf eine Stunde. Klingt ganz banal, funktioniert aber wunderbar. Weg Nummer drei, und das ist eigentlich kein Weg, sondern eine goldene Regel, keine Ablenkung. Mach deinen Browser aus, mach Social Media aus, mach die E-Mail aus, leg dein Handy, am besten ein anderes Zimmer. Denn all diese Ablenkungen sind wie eine Droge für uns. Und gerade wenn wir was Schweres machen wollen, so, ich will jetzt den Podcast aufnehmen. Und ich gucke nur noch mal schnell kurz bei Facebook. Yay, der Belohnungsaffe, der dreht völlig durch, weil er wieder sein Dopamin bekommt. Und aus den 5 Minuten werden 50 Minuten. Das kennst du vielleicht, will dir da nichts unterstellen, red da von mir. Und deshalb ist es wichtig, dass wir das kontrollieren und arbeiten ohne diese Ablenkung. Kel Newport in Konzentriert Arbeiten hat darüber sehr schön geschrieben, was da im Hirn eigentlich passiert, wenn wir uns die ganze Zeit unseren Belohnungsaffen hingeben und ständig diese Ablenkungen zwischendrin nutzen. Die machen uns nämlich wahnsinnig unproduktiv und undiszipliniert. Und diese Phasen, die wir aushalten müssen, sind die Phasen mit wenig Stimulanz. Und zwar, wenn du ein Skript für deinen Podcast schreibst, kommt dir das wahrscheinlich wie harte Arbeit vor. Da passiert nicht so viel mit Dopamin. Und wir suchen immer wieder die Phasen, wo wir mit viel Dopamin uns belohnen können. Deshalb ist es wichtig, diese Zeiten mit wenig Stimulanz auszuhalten und uns hinterher erst zu belohnen mit Dopaminausschüttung. Weg Nummer 4 schließt an, gerade an das Dritte, was ich schon gesagt habe. Belohn dich hinterher. Mal ganz ehrlich, wir sind als Kinder ja so erzogen worden. Mach deine Hausaufgaben, dann darfst du fernsehen. Oder isst dein Brokkoli, dann gibt es den Schokopudding. Das funktioniert wahnsinnig gut, weil die Belohnung hinterher praktisch unsere harte Arbeit oder unsere Leistung belohnt und noch wertvoller macht. Und das haben wir als Erwachsenen manchmal so verlernt, weshalb wir gerne erst zu Facebook gehen, statt den Podcast aufzunehmen. Und wenn wir die Belohnung schon vorher haben, dann sind wir nicht mehr so sonderlich motiviert, dann noch die harte Arbeit reinzustecken. Deshalb gewöhn es dir an, dass du sagst, wenn ich jetzt meinen wichtigen Task, vor dem ich mich eigentlich drücken will, erledige, wie belohne ich mich hinterher? Und schreib dir das vielleicht auch auf, damit du dich dran drauf freuen kannst. Auch das ist eigentlich ein völlig banaler Tipp, der bei mir sehr gut funktioniert. Ich gebe zu, am besten bei mir funktioniert der nicht mit Social Media, sondern mit Essen. Aber egal. Weg Nummer 5 aus der Aufschiebehölle ist, arbeite mit sozialem Druck. Wenn es dir geht wie mir, dann bist du ein Einzelkämpfer. Ich mag das Wort nicht, weil wir kämpfen ja nicht wirklich. Aber dann arbeitest du allein, bist selbstständig. Da ist kein Boss über dir, weil du bist der Boss. Und dann ist es trotzdem sehr wertvoll, mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten. Denn wir wollen ja nicht als Verlierer oder Loser oder jemand, der nichts auf die Reihe kriegt, vor anderen dastehen. Und deshalb empfehle ich all meinen Kunden in meinen Kursen, sich einen Erfolgspartner zu suchen. Und wir helfen meinen Kunden auch dabei, sich gegenseitig in kleinen Gruppen zusammenzutun und sich regelmäßig auszutauschen. Das funktioniert wahnsinnig gut. Das heißt, such dir ein oder zwei andere Leute und hab eine Struktur für euer Treffen. Jeder bekommt die gleiche Anzahl an Zeit. Ihr setzt euch eure Ziele für die nächste Woche. Ihr tauscht euch aus, wobei ihr Hilfe braucht. Und wichtig ist, dass du dir Leute suchst, die genau so motiviert sind wie du. Denn es geht darum, sich pushen zu lassen von den anderen. Hier ist mein Beispiel. Ich hatte eine kleine Content-Krise im November und hab dann eine Content-Challenge gemacht. Und ich hab erst überlegt, ob ich hier die nur mit mir selber mache. Aber dann dachte ich, das ist nicht genug Druck. Und dann hab ich Lea, die Content-Frau aus meinem Team, die wahnsinnig produktiv ist, gefragt, ob sie mitmacht. Und wir haben uns öffentlich einen kleinen Wettstreit gegeben, wer mehr Blogartikel im November schreibt. Das hat wahnsinnig gut funktioniert und sowas kann ich dir sehr empfehlen, diesen sozialen Druck zu nutzen, um produktiver zu sein. Das bringt mich zu Weg Nummer 6. Arbeite immer mit einer Deadline. Ich hab früher in der PR- und Werbeagenturenwelt gearbeitet. Und ich kann dir sagen, da waren wahnsinnig kreative Menschen, die sich all die Slogans und Kampagnen überlegt haben. Die haben nur so gut funktioniert, weil es wahnsinnig enge Deadlines von unseren Kunden gab. Ohne Deadline passiert einfach nichts. Und ich sag dir, was die Deadline in deinem Kopf macht. Du weißt ja, normalerweise springt da der Belohnungsaffe, der sagt, gib mir Dopamin, noch ein bisschen Facebook. Wenn aber die Deadline naht, kommt das Panikmonster und schlägt dem Affen auf den Kopf und sagt, so jetzt rück mal rüber, morgen muss das Ding hier fertig sein. Und wir als Selbstständige, wir haben nun mal nicht den Chef, der uns triezt. Und du hast vielleicht nicht mal immer Kunden, die dir so einen Druck aufbauen können, weil du vielleicht Online-Kurse verkaufst wie ich, wo einfach keine direkte Kundenarbeit gefragt ist, wo du ein Projekt abliefern musst. Und da ist es ganz wichtig, dass du dir diese Deadlines künstlich setzt und dir diesen Zeitdruck künstlich machst. Und ich weiß, ich sage hier immer Druck, Druck, Druck. Druck kann aber wahnsinnig positiv sein, okay? Also vielleicht weißt du nicht, wie man einen Podcast schneidet. Und du buchst dir jemanden, der deinen Podcast schneidet und sagst der Person, bitte nimm dir übermorgen Vormittag für meinen Podcast Zeit. Ich liefere dir die Datei frühmorgens bis um neun und ich will die dann zurückhaben abends. Das sind alles kleine Sachen, die du tun kannst, um dir Deadlines aufzuerlegen, wo sonst einfach keine wären. Und das bringt mich zu Weg Nummer sieben. Red dir ein, dass du produktiv bist. Denn beim Aufschieben machen wir ja immer das, dass wir unsere negativen Gedanken verstärken und unsere Selbstzweifel nähren, weil wir sagen, was stimmt mit mir nicht, dass ich das nicht schaffe? Dreh es doch um. Setz dich hin und red dir ein. Ich bin produktiv. Ich kann alles schaffen. Was auch immer du da machst, wie deine Affirmationen klingen. Unser Gehirn kann ja sowieso nicht unterscheiden, ob wir uns da gerade Quatsch einreden oder ob das vielleicht stimmt. Und wenn du mal ganz ehrlich bist, gibt es wahrscheinlich haufenweise Bereiche, wo du wirklich produktiv bist, nur vielleicht gerade nicht bei diesem einen Thema, beim Videos drehen oder beim Podcast aufnehmen. Also red dir ein, dass du produktiv bist. Weil wenn du mit einer positiven Haltung rangehst, dann wird das Produzieren und das Nicht-Aufschieben auch viel einfacher. Das waren also die sieben Wege aus der Aufschiebehölle, wie ich sie gerne nenne. Und ich hoffe, du kannst damit was anfangen. Wenn du, nachdem du jetzt nicht mehr aufschiebst, wissen willst, was du eigentlich alles tun musst, um dein Online-Business aufzubauen, dann abonniere meinen Kanal für mehr Videos zum Thema Online-Marketing, Online-Business oder komm rüber auf meine Webseite sandraholze.com. Da findest du haufenweise Gratis-Infos zu all diesen Themen. Und dann danke fürs Zuschauen und denk daran, nur Taten bringen Ergebnisse. Bis zum nächsten Mal.